Der Spürtelname Prima-Shakti Prima-Shakti ist ein Spürtelname für Aspirantinnen mit Shakti-Mantra, Soham-Mantra, Gayatri oder Om-Mantra. Prima-Shakti kannst du in zwei Wörtern schreiben, Prima und Shakti, oder in einem Wort Prima-Shakti. Prima-Shakti ist im Sanskrit meistens in einem Wort geschrieben, aber in westlichen Sprachen wie Englisch und Deutsch schreibt man es oft auch in zwei. Beides ist möglich. Prima heißt die Liebe. Prima übrigens wäre männlich. Prima ist die Feminisierung von Liebe. Shakti heißt Kraft. Prima-Shakti ist die Kraft der Liebe, die Energie, die Liebe ist. Prima-Shakti heißt auch diejenige, die aus der Liebe alle Kraft hat und diejenige, die ihre Kraft aus der Liebe bekommt. Und diejenige, die auch mehr Kraft der Liebe in die Welt hineinbringen will und die auch in dem, was andere tun, die Kraft der Liebe spüren und sehen will. Eine Sichtweise wäre zu sehen, dass alles, was Menschen tun, letztlich sie auch tun, um Liebe zu erfahren und Liebe zu geben. Wenn du dir das manchmal überlegst, wirst du manchmal auch in den schrägsten und eigenartigsten Verhaltensweisen der Menschen auch göttliche Kraft sehen, nämlich die Kraft der Liebe. Und dann kannst du mit mehr Mitgefühl umgehen und auch mit mehr Einfühlungsvermögen. Prima Shakti auch diejenige, die überall die Kraft der Liebe sehen will. Und dann kannst du mit mehr Einfühlungsvermögen.